Schmetterlinge essen Blut, Urin und Exkremente? Unnützes Wissen! Schmetterlinge werden oft als Symbole von Schönheit und Zartheit angesehen. Sie haben aber auch eine weniger bekannte und etwas unangenehme Seite. Schmetterlinge sind nämlich dafür bekannt, dass sie gelegentlich an Blut, Urin und Exkrementen saugen. Ein weiterer interessanter Fakt betrifft Schweine. Diese Tiere sind Allesfresser und in der Lage, eine Vielzahl von Nahrungsmitteln zu verzehren, einschließlich Fleisch. Es ist zwar richtig, dass Schweine auch menschliche Überreste fressen können, jedoch greifen sie keine lebenden Menschen an. Am 10. September 1977 wurde in Frankreich der letzte Mensch durch die Guillotine hingerichtet. Im selben Jahr erlebte die Welt auch die Premiere von Star Wars, einem Film, der zu einem globalen Phänomen wurde.